Herr Netze, willkommen zurück. In der letzten Folge sind uns irgendwie alle Fleischpresser, die wir haben, ausgebrochen und das müssen wir jetzt, äh, ha, ja, ähm, bändigen. Du darfst hier noch mehr betäuben. Wir gehen mal auf die Karte. Hier, du, what? Warte mal. Das ist der Falsche, der stirbt. Ah, ne, doch, ist richtig. Aber du sollst ihn töten, nicht der... Ach, gut, okay. Weil er dann die Kampferrufenheit, glaube ich, nicht kriegt, deswegen. So, hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ihr beiden seid schon drinne. Bei dem werden wir mal ein bisschen modifizieren. Oh, oh. Wie, wann haben die denn das jetzt wieder kaputt gemacht? Wahrscheinlich waren zu wenig Leute für ihn da? Ne, keine Ahnung. Der hat einfach Bock darauf. Okay, gut. Ah, na, äh, du nicht. Ah. So macht das doch Spaß. Wir schauen nochmal unten, wie weit sie... Der ist ausgebrochen. Okay. Und du bist hier noch im Blick tot. Du bist in der Gefahr für die Gäste. Du darfst hier unten, du bist der hier, ne? Musst aber noch mehr. Da ist ein Dino gestorben, hoffentlich. Nur ein Altersschwecher oder irgend so ein Scheiß. Ne, der ist innerhalb. Den brauche ich nicht betäuben. Den zweiten hier. Ach, ne, der, der, der hier wahrscheinlich, ne? Ne. What? Wo? Ach, scheiße. Das ist das Problem, wenn er hier frei rumläuft. Ähm. Wo läuft der bitte sehr hin? Nicht zum Indominorex, bitte. Chaos, Leute. Chaos hochziehen. So, die werden wir alle wieder hier rein transportieren. Zum Einsammeln des Produkts unter Bild. Anfrage zur Produktabschluss. Ähm. Scheiße. 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 Klopf, klopf. Wer ist da? Neuer Auftrag. Das war's auch schon. Ich will keinen neuen Auftrag. Ich will erstmal meine Insel hier retten. Produkt wurde eingesammelt. Okay. Da ist wieder zu. Du wirst transportiert. Du wirst betäubt. Ihr seid, da ist irgendein Gast drin. Das ist nicht schlimm. Der ist tot. Ich schätze mal, dass Ihnen die Grundlagen bekannt sind. Zur Erinnerung. Ihre Dinosaurier brauchen... Der hier ist gerade gestorben. Unsere Tiere sterben vor Durst, weil sie keines bekommen. Hat der jetzt eigentlich die Kampfverrufneid bekommen? Weil eigentlich hat er ihn ja angegriffen gehabt. Ne, es hat tatsächlich nicht gezehrt. Okay. Du musst den hier dran... Wow, du frisst einfach Gäste. Okay. Okay. Aber wir können ja mal hier gucken. Meine Damen und Herren, bitte begeben Sie sich zu ihm. Yep. Das ist nicht gut. Der da eine muss auch noch rein. Dann sind die schon mal alle wieder im Gehege. Geborgen hat es auch gut. Der Auslöser war, dass in der letzten Folge einfach ein Sturm war. Und der halt einfach alles weggeschnitzelt hat. An Schutz, was wir hatten. Das war halt... Definitiv nicht so geil. Warte. Ich möchte den anderen einmal den Toten wegbringen. Es ist so nah dran. Mann, er hätte es fast überlebt. Aber dann wurde der andere doch noch betäubt. So, er... ...muss hier rein. Genauso wie er auch hier rein muss. Wir lassen die ins Wasser. Das ist nicht so schön. Er sollte bald betäubt sein... ...nam, nam, nam, nam. Passt auf, der hat eine übelste Kampfverwurfenheit. Das ist ein Biest. Und dieses Biest soll noch auf 5500 kommen. Wer ist er eigentlich? Sieben. Ha, locker. Wer ist hier fertig? Genau, die wollten wir auch beide auch noch von ihm töten lassen. Also können wir hier schon mal das Tor öffnen... ...und einen vor den beiden freilassen. Okay. Njam. Etwas gibt mir bezüglich des Allosaurus zu denken. Nicht, dass er ein dominantes Raubtier ist, nein. Oder, dass er Tiere töten konnte, die doppelt so groß waren wie er selbst. Auch nicht, nein. Ha, was war das jetzt? Mein Problem mit dem Allosaurus ist, dass er im Gegensatz zum T-Rex oder Velociraptor irgendwie... ...optimiert wird. Nutzen die Geborgenheitsgen und schaffen sie einen, der nicht ruhig bleiben kann. Ach, genau. Er hier kann nicht ruhig sein. Und das macht mich nervös. Ja. Ein nicht ruhig bleibender Dino. Und er wird hier reintransportiert. So, wir müssen hier noch einen betäuben, dann sind die hier fertig betäubt. Und wir können alle schon mal reintransportieren. Dann schauen wir uns mal an, was der eine dort... ...machen kann. Oh, shit, jetzt hab ich den einen außerhalb abgesetzt. Ja, gut. Nicht so schlimm. Werden wir dann halt neu betäuben müssen. Zuerst jetzt hier gerade beim Reinkommen machen wir mal die Tür zu. Und das müssen wir uns... Wieso sind hier noch drei gefährlich für... ...seid ihr ausgebrochen? Wieso brechen ihr ständig aus? Euch geht's doch super. Eigentlich. Produkttransport wird durchgeführt. Oh Gott, wo seid ihr jetzt? Können die Schutzräume eigentlich auch wieder öffnen? Er kann nicht ruhig bleiben. Hi. Nein. Wo ist unser Indominus? Könnte der bitte dazwischen gehen? Er hier? Oh. Okay, hier sind nur zwei außerhalb. Das ist nicht so schlimm. Nein, warte, ich will dich nicht selber fliegen. Ich will deine... Ja, gut, der ist ausgebrochen. Davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Der erste muss nicht betäubt werden. Weil der warum auch immer wieder reingelaufen ist. Aber hier vorne ist er ausgebrochen. Wer weiß, vielleicht gibt's jetzt außerhalb noch ein Deathmatch. Oh. Oh mein Gott, es gibt außerhalb ein Deathmatch. Vielleicht. Guckt euch das mal an. Das hatten wir noch nie, Leute. Das ist eine Premiere. Das ist eine Premiere. Was für eine Bewertung hat der? Okay, 500. Das heißt, der kriegt echt 250 dazu. Und tot ist er. Guckt euch das mal an. Wow. Du bist der King. Ja, der ist definitiv tot. Er konnte nicht ruhig bleiben. Vergangenheit. Mehr als Vergangenheit. So, du kannst den da betäuben. Der muss nicht wieder ins Gehege. Ähm. Ihr beiden könnt wieder reintransportiert werden. Und bitte bleibt ihr jetzt diesmal drinnen. Oh, habt ihr irgendwie hier das... Gesundheit in Panik. Ja, gut. Ja, das übliche Problem wegen den Großen. Und, keine Ahnung, das ist immer noch nicht vernünftig gelöst. Sie können zwar zusammen sein. Sie greifen sich nicht an. Aber Angst haben sie trotzdem. Oh, hier ist noch ein Freilaufender. Ach, stimmt. Das war der, den wir eben... Genau. Ihr erinnert euch. So, er soll jetzt bald... Da hat er schlief. Warte, jetzt ist mein Schliefchen. Alle denken sich so... Fuck, Dominos. Fuck. Guckt euch mal das Bewertung an. Wow. Okay. Dann lassen wir... Wer ist der Nächste, der sterben darf? Baryonyx. Okay. Der ein bisschen aussieht wie ein Krokodil vorne. Ich meine, der braucht ja auch ganz viel Sumpf, ne? Und hier können wir die Nächsten reinpacken. Nach dem. Den brauche ich nicht. Den habe ich garantiert schon. Den habe ich wahrscheinlich noch nie gemacht. Japp. Ich glaube, der Baryonyx lebte an Ufern und in Feuchtgebieten. Angesicht seines Lebensraums liegt es nahe, dass er sich von Fischen ernährt hat. Hoffentlich hat sich seine bevorzugte Nahrung in den letzten 100 Millionen Jahren nicht verändert. Naja, jetzt ist er wahrscheinlich gerne Menschen. Warte. Ah, so viel von der Bewertung übrigens jetzt. Also, es geht mir darum, wir dürfen ja maximal minus 20 haben, damit er noch mit 100 Prozent kommt. So, machen wir es so und den Rest müssen wir halt so stehen lassen. Wir schauen mal eben kurz hier. Du bist betäubt, das heißt, dich kann ich von hier hier wieder reinpacken. Und was sagst du? Ist dir zu wenig sumpfig und sozial? Was ist denn da los? Überfüllt? Ach, wir haben den ja modifiziert, ne? Der kann nur null von null. Der kann mit niemandem. Nicht mal mit sich selber. Er wird der auch haben, das Problem. Hoffen wir mal, dass er früh genug getötet wird. Dener müssen wir auch machen. Wir haben viele Dinos noch nicht gemacht, definitiv. Aber leider ist auch kein Park groß genug, dass wir wirklich alle in einem einzigen Park ausstellen können. Das müsste man mal. Alle Pflanzenfresser kann man ganz bestimmt, aber alle Fleischfresser, das sehe ich nicht. Stressreaktion, da ist mir die Pfoten von. So, minus 20 können wir noch. Perfekt. So, und du wirst hoffentlich von ihm getötet, bevor du meinst hier ins... Wisst ihr, was wir machen? Nein. Ähm, wir bauen hier eine zweite Sicherheitswand ein. So. Denn, falls ihr tatsächlicherweise meint, hier einzubrechen in das Pflanzenfresser-Gege, wird das echt blöd. Na, also, das wäre halt bescheiden. Oh, die gehen direkt aufeinander los. Oh, wie klein der ist. Hückt euch das mal an. Er ist voll putzig im Vergleich zu unserem Indominus. Ham. Alter Schwede, er bettelt sich halt mit einem nach dem anderen. Der Kleine hat's, glaube ich... Also, jetzt ist seine letzte Chance, noch mal zuzubeißen. Er hat's auch nicht mal geschafft, zuzubeißen. Ja, das war's mit dem sowas von. Er hat's halt nicht mal geschafft. Das ist so lächerlich. Der andere müsste eine Kampferrufneid haben, ne? Ja, weil er den einen zwar betäubten, aber er hat den anderen halt getötet. Wieso ist eigentlich die Bewertung so richtig... Ach, die Sicherheit. Die Sicherheit. Wir haben echt zu wenig unterschiedliche Spezies. Wir haben 15 unterschiedliche im Park. 15? Das ist halt wirklich gar nix. Wer weiß, vielleicht machen wir nachher einen Fleischfresser, den wir dann hier in das eine Gehege reingeben. Vielleicht Raptoren. Raptoren sind cool. Dann machen wir auch noch, dass sie nicht ganz so stressempfindlich sind. Das wäre vielleicht ganz schlau. Und dann passt das. Weil Raptoren brechen übelst gerne aus. Das könnt ihr mir gar nicht glauben. Wie doll. Die Assassins eingesperrt zu sein. Hier sitzt ja die Futterstation, muss aufgefüllt werden. Wo denn? Machen wir mal mehrere auf einmal. Mann, 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 Mann. 2060 als Bewertung. Das ist halt einfach krass. Du hast halt so ein... Du hast halt im Alter von zehn Jahren schon sechs Dinos getötet. Zweimal die Zäune durchbrachen. Vier Menschen getötet. Okay, und wir mussten dich ein paar Mal betäuben. Du bist unglaublich. Und später werden wir dem noch irgendwelche Langhälse mit ins Gehe tun. Die scheinen sicher zu sein vor ihm. Also ich meine, Langhälse greift niemand an. Vielleicht der Indoraptor? Nein, nein. Niemand greift die Langhälse an. Die sind halt lang. Zumindest die großen Langhälse, bei dem weiß ich halt wirklich nicht, weil es der kleinste der Langhälse ist. Der braucht ja auch die kleine Futterstation. Gut finde ich nur, dass die Sauropoden endlich keine Angst mehr haben vor Fleischfressern. Das war am Anfang anders. Ich würde sagen, wir können die Tür wieder aufmachen. Der hier ist nämlich bald fertig. Oh, der legt sich dort in Stafi machen. Wir könnten im Grunde nach, wenn wir eh schon hier sind, ein ganz kleines bisschen die Wissenschaft immer vorwärts bringen. Falls es dann irgendwann später weitere Erweiterungen gibt, dann haben wir die schon in einem mit. Hier ist alles super? Okay. Kann es sein, Dein und Nychos. Wir können auf jeden Fall noch mehr ins Gegel packen und... Nein, Soziales am Anschlag. Okay. Hey, warte. Ja, Bestand. Bestand, Bestand, Bestand. Wir können noch mehr Dein und Nychos hier hinten reinpacken. Ist ja nicht so, als wäre es gefährlich. Nein. Packen wir den noch mal rein. Ist schon okay. So, unser nicht ruhigbleibender wahrscheinlich ist fertig. Der erste seine Art. Auch ganz schön imposant. hört sich an wie ein Löwe-Mix-Transformers-Ding. Der Karkarodontosaurus war ein furchteinflößender Jäger, der über große Kraft verfügte und ähnlich groß war wie der T-Rex. Er wird bei unseren Gästen mit Sicherheit gut ankommen. Apropos bei den Gästen gut ankommen. Man kann einen Indominorex übrigens gar nicht sehen. Der muss später wieder in sein Ursprungsgehege. Kämpfen die jetzt schon? Ich schicke ihn rein. Boom. Direkt kämpfen. Oh, oh. Scheiße. Scheiße, der würde gewinnen. Okay, okay, okay. Ranger, Ranger, Ranger. Heien, heien, heien. Los, los, los. Fahr, 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 fahr. Oh Gott, das sieht gut aus. Aber eventuell schafft er es trotzdem noch, die Bisse zu machen. Und ich meine, wir verlieren die Hälfte von seiner Bewertung dann. Oh Gott, alles gut. Meine Güte, hatte ich gerade Panik bekommen. Er hat ihn erlegt. Wow, die Dino-Nychosse sterben wie wieder massig. Gut, dann lassen wir den mal weg transportieren. Und schicken den Kanto-Saurus raus. Und lassen wir einen neuen hier. Warte, Kanto-Saurus waren wir gerade. Den haben wir eh schon. Den haben wir eh schon. Den haben wir eh schon. Also, was wir modifiziert haben, haben wir garantiert schon mal reingebracht. Ähm, den noch nicht. Okay. Dieser Fleischfresser, der Karnotaurus, wurde in Argentinien entdeckt. Der Name bedeutet fleischfressender Stier. Als ob ein normaler Stier nicht gereicht hätte. Gigantosaurus. Versuchen wir einfach mal. Modifizieren wir ihn einfach mal maximal. Und bringen ihn dann raus. So, wir können noch 20 runtergehen. Ja. Perfekt. So, reicht so. Den einen habe ich absichtlich modifiziert, weil es ein Pflanzenkassel ist und eh keine hohe Bewertung gibt. Noch jemand, der stirbt? Oder wie siehst du es gerade? Lieber in Dominorex. Ah, das schwäle. 2314. Du bist krass. Du bist einfach nur krass. Ach, die sterben wieder wie die Fliegen weg. Dass der den fressen lässt, ich verstehe es nicht. Nein. Deine Gesundheit ist ja immer noch nicht... Du heizt langsam, aber naja. Du bist angreifbar, mein Lieber. Jetzt, jetzt stört er sich an ihm. Oh Gott, ist der winzig im Vergleich zu ihm. Der Indominorex ist halt... Was sagt ihr zum Indominorex? Schreibt mir das mal unten rein. Ich finde, das ist... Der ist ungauglich. 41. Oh oh. Wie sieht der andere... Oh. Wir hätten warten sollen, bis er hier... ...weiter geheilt ist. 20. Wer den nächsten hat, macht. Das ist halt wichtig. Oh, in Panik. Er rennt weg. Und heilt. Aber ihn heilen wir. Und hier ist das Futter weg. Okay. Ich muss gerade nachgucken, wo die Meldung herkam. Oh. Hier ist was kaputt gegangen. Noch vom letzten Sturm. Du kannst ihm ruhig jetzt weiter hinterherrennen, ne? Also... Ihr seid beide schwer verletzt. Nein? Na ja, den machen wir später. Gut, dann beende ich die... Oder gehst du ihn doch noch jagen? Nö. Dann beende ich die Folge für jetzt. Ich wünsche noch ganz viel Spaß bei weiteren. Wir werden weiterhin versuchen, alle Dinos jemals auszubrüken und natürlich ihn hier auf 5500 zu kriegen. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz viel Spaß und würde sagen, bis denn. in die Folge. Vielen Dank. Vielen Dank.